Ramba, Zamba, Halligalli und was mir noch alles so einfällt, was geht ab euch? Der Mike Ross ist wieder da mit Donkey Kong. Und ja, wir sind in Rocky Valley und so wie ich die Sache hier überblicken kann, werden wir das nicht in ein Video packen diesmal, weil das gibt irgendwie dann echt zu viel wahrscheinlich. Ich fange einfach an und wir werden sehen, wie weit wir kommen, wie lang es dauert und wie ich das dann hinterher zusammen schnippel. Interessiert euch doch sowieso nicht, das ist doch meine Sache eigentlich, wie ich das schnippel mache. Ihr wollt es doch nur irgendwie sehen. So und ja, ich bin heute krass im nervösen Bubble-Wahn, das müsst ihr mir irgendwie entschuldigen. Ich bin heute total hyperaktiv und ich kann mir gut vorstellen, dass euch das leicht zum Sack geht. Jetzt schon wahrscheinlich, weil ich total viel habe, das ist, weil ich mir gerade, oh, geht mir nicht auf den Nerven, weil ich mir gerade ein USB-Videograbber gekauft habe und weil ich schon stundenlang damit rumprobiere und es nicht geklappt hat, aber jetzt klappt es irgendwie doch und jetzt bin ich glücklich wie ein kleines Kind und ich habe den Schlüssel in den Abgrund geschmissen. Und ja, das mit dem Videograbber, das funktioniert so halbwegs. Ich habe auch heute, jetzt, in dem Moment habe ich gerade eine Probeaufnahme hochgeladen. Wie komme ich da hoch? Ah, okay. Und ja, ich hoffe, das funktioniert alles mit dem Videograbber, weil dann kann ich in Zukunft, das war wieder richtig clever, ich bin ein Held, werde ich in Zukunft ein paar krasse Projekte starten. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein und soll auch jetzt hier keinem auf den Nerv gehen, weil ich mache jetzt hier Dings. Mario! Nein, Donkey Kong, so heißt das Spiel. Gib mir den Schlüssel. So. Wie gesagt, ich hoffe, diese leicht hyperaktive A, der schalte ich noch ab hier im Laufe des Videos. Ich kann mir gerade selbst nicht zuhören. Ich bin echt krass, äh, krass nervös und hyperaktiv gerade, weil ich das alles irgendwie machen muss mit dem Videograbber. Und hast nicht gesehen und scheiße, den wollte ich gar nicht freilassen und da war was und ich bin tot. Ah, so, ich schnaufe jetzt mal durch. Jetzt sind wir mal ein bisschen ruhig. Und jetzt spielen wir in ganz in Ruhe Donkey Kong. So. Nein, ich habe wieder ein freigelassen, oder? Nein, da kommt er nicht raus. Der kommt ja auch nicht raus. So muss ich. Ich habe keine Ahnung, was ich muss. Ich mache das jetzt einfach mal. Und spring mit. Ah, scheiße, jetzt habe ich schon rausgelassen. Ich springe mit dem Schlüssel Marta hoch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber so ist es auch, ich glaube, ich habe es geschafft. Das Löffel hat mich verwirrt. Das war total einfach. Okay. Oh ja, ich brauche ein Minispiel unbedingt. Ich habe 97 Leben. Ich muss unbedingt wieder auf die 99 kommen. Yeah. Und so hätten wir die 99 wieder beisammen. Oh yeah. Ja. Bü-du-bi-du-bi-du-bi-di-bi-du-bi-du. Oh yeah. Ist ein großer Wasserfall. Wow. Wow. Und der treibt mich ziemlich krass nach unten. So. Oh, ich werde angerufen. Ganz kurzen Moment. Äh, so. Äh, wieder da. ich bin tot ich wollte sagen ich bin angerufen worden es tut mir leid und jetzt bin ich tot klasse so da waren wir das ganze doch noch mal ich habe gar keine ahnung wo ich hin muss die musik ist cool ich mag die musik sehr da sind schalter da ist ein vogel der mich töte dieser vogel jetzt schon auf den sack so dub 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 der vogel der nervt mich da hinten nervt mich so tierisch weg vogel so schlüssel das ist das bohr das ist gefährlich leute ersthaft das ist gefährlich sowas mit wasserfall und schlüssel so ich würde sagen jetzt aber so haben wir da haben wir haben was haben wir glaube zu afo tot der spruch habe ich uns aufgebracht da ist nicht mehr nicht mehr komisch so rocky willy valley donkey kong level nur eins mit vielen igeln und ich muss irgendwo ein schalter aktivieren so wie ich die sache doch hier sehr ja das war super gut dann das ganze noch mal in besser jetzt ich bin drüber gesprungen ich bin gerade richtig heiße so ich habe doch ich habe mich daran gehangen aber hundertprozentig das gibt es doch nicht das ist doch scheiße ist das doch man geht doch wo ist das problem hat seine eigene fischer grad gekillt da sind sie wieder die können da unten rumlaufen das kann ich irgendwie nicht das ist fies gemeinheit den überspringen und habe es geschafft was geht ab was geht hier nur ab da sind steine auf denen ich draufstehen kann und ein stein hat angekommen in der fresse erwischt so was tut weh doch macht ihm anscheinend nix aus so wir haben wieder unsere 99 leben voll ja gut so und weiter geht's da bitte 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 so lass mich mal ganz kurz die sache hier überblicken ich brauche ein hammer ich muss alles sehr klopfen mal überlegen mal überlegen muss ich kann ich darf ich schon das leben obwohl ich dich brauche aber wir haben 99 so so ich schon mit den schlüssel hier moment ich kriege nicht kaputt moment ich glaube das war die falsche taktik ok es könnte richtig sein was ich hier mache aber es könnte auch komplett falsch sein man weiß es nicht ich gebe mir das ja einigermaßen richtig zu machen ich hoffe das stimmt auch was ich hier mache aber ich finde es sieht eigentlich konnte und gut aus was ich hier gerade mache möchte ich doch mal so anmerken dass es doch eventuell gestimmt haben könnte was ich getan habe weil ich habe das level geschafft oh ja oh gott das sieht nach einem pyramiden level aus ich habe aber auch keine ahnung wo ich hin muss das war knapp was kann ich hier mit machen ich kann hier mit das teil umkehren bringt mir das was das war dumm das war sehr dumm von mir also noch einmal jetzt muss ich aber echt mal das level mehr so ganz bisschen rein leute kommt schon sowas gibt es denn hier augenschalter nein glück das war knapp ich gehe mal da hoch ich meine was bleibt mir anderes übrig da oben ist noch ein schall wenn ich das jetzt richtig sehe dass das level dann schon fertig somit oder irgendwas übersehen da unten geht das dann ok jetzt muss ich aber echt mal überlegen pack ich das ok ich würde sagen ich mache das so nimm den schlüssel erstmal mit und geh mal runter ich finde es hört sich nach einer cleveren lösung an wenn ich doch nicht kaputt gehe dabei so dann lege ich den schalter um und dann kann ich das viel nicht kaputt machen damit scheiße steht den schlüssel nicht mehr doch nein 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 stehe auf mario 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 danke glück gehabt so jetzt dadurch nicht kaputt gehen und war gar nicht so schwer wie es ausgesehen hat hat schwierig ausgesehen wie es war so was gibt es denn hier schönes hier hier ist wieder doch ich komme junior hallo du dummer aber du gehst mir auf mehr das war nicht gut moment ich brauche ja den schlüssel erstmal also also habe ich keine ahnung was ich jetzt machen soll ich würde sagen ich gebe mit dem schlüssel mal darunter einfach mal so was auch immer mir das jetzt bringen mag aber ich bin jetzt hier unten ach so ok verstanden verstanden ich muss hier erstmal ist frei kloppen so ungefähr und jetzt möchte ich mir den schlüssel wiederholen ich glaube ich habe alles richtig gesehen genau und dafür ist auch die leider da dass wir da wieder hoch können so naja das brauche ich nicht so das war knapp das war dumm gleiche fehler wie vorhin ich war natürlich erst der rückwärts kommen wir nicht mal gehen so bitte 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 jetzt mal hier noch da naja das war scheiße aber packe ich trotzdem so jetzt eigentlich nur noch darüber und da würde ich sagen habe ich selber oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch ich glaube nicht ich habe es geschafft donkey kong löffel so er schmeißt mit steinen auf holen komme ich da hoch ich glaube es ja nicht schnell gut ich muss auf die steine warten so wie ich die serie sehe und muss mich da drauf stelle noch wer hätte es gedacht jetzt muss ich mal überlegen da komme ich schnell da komme ich auch nicht hoch ne der da der ist für mich so nein 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 hu 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 i did it i did it so much so rollende felses sehen irgendwie gefährlich aus und einen wasserfall der macht gut hell denn haften dieser kerl so dann haben wir wie die 99 voll das ist ja nichts neues und ich würde sagen ich mache noch kein katz macht mit nächsten drei der film das level das kommt noch in den part hier rein so da mache ich ein cut nach dem nächsten donkey kong level so werde ich das tun das ist der plan und ich brauche so einen schrumpf pilz gib mir so ein schrumpf pilz weil ich muss da unten durch dann dann weiß ich nicht mehr so genau was ich machen will ich muss ganz auf die art rücken und da hoch zu kommen und damit sagen könnte das richtig sein nein den pilz den kannst du dir auch behalten so jetzt packe ich aber so dem scheiß teil hier dem wollte ich auch nicht rein springen was was macht denn der schalter hier scheiße tot das war so doof von mir warum ducke ich mich nicht warum springe ich warum ducke ich mich okay das level ist aber jetzt echt nicht so herausfordernd wie ich gedacht habe ich war ziemlich dämlich männisch das was war das dort genau was das war gerade eben mario schon so da hoch nein nein war fach 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 das hier stehen bleiben den schlüssel mitnehmen dann das teil anschalten alle die fliegen hoch die pilze warum fliegen die pilze hoch warum warum passiert so was warum bin ich klein aber gott ich hoffe das reicht um den schlüssel wieder zu holen kommt 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 wert groß wert groß bitte 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 schneller 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 danke und zu ich will keinen ich will nicht das ist der part wieder so lange ich muss karten jetzt gleich so hier irgendwo wisst ihr was ich würde sagen wir machen hier ist windig wir machen hier ein cut ich drücke pause wir sehen uns das nächste mal hier in dem level bis dahin und peace